Hallo Leute und willkommen bei meiner neuen Rubrik Let's Test Ansicht nach auch ein sehr interessantes Zelda-Spiel ist Eigentlich eines der besten sogar Von der Story her, von der Länge her Ich find das einfach genial Ja und ich spiele jetzt grad bei dem Spielstand von meinem Kumpel Sebi Also deswegen nicht wundern, wenn da irgendwo Sebi steht Ich heiß nicht so Ich bin PvE-Style und so bleibt es auch Was ist das? Achso Illusion über Illusion Ja, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Da ist ein Schleim, ist mir wurscht Hat der schon die Technik erlernt? Ja, hat er Ja, ist ja gut so Okay, das war die Superwirbelattacke Ähm, wenn Cool Ähm, wenn die eingesetzt wird Dann sollte man eigentlich versuchen Nicht, äh, sie ganz zu verbrauchen Weil Weil man dann am Ende nur noch, äh, am rumtaumeln ist und man ist einem beschwindelig Ja Ähm, wie wird das jetzt ablaufen? Ich werde jetzt ein bisschen das anspielen, so 15-20 Minuten lang Und, äh, ja, gut gemacht Und werde schauen dann, wie weit ich komme Werd dann speichern und ein kleines Feedback geben Ähm, ob es, äh, für Let's Play meiner Ansicht nach geeignet ist oder für Walkthrough lieber Oder gar nicht geeignet ist für Spielen Aber Ihr könnt natürlich euren Sinn auch dazu abgeben Und das heißt, ähm Ihr könnt auch entscheiden, ob ich es spielen sollte oder nicht Ob ihr, ob euch das gefallen würde oder nicht Oder ob ihr viel zu viel von Zelda schon gesehen habt Das ist auch Oh, cool Magie, äh, Schüsseln Keine Ahnung Magietränke Ihr könnt auch entscheiden Das ist natürlich wichtig Die Meinung der Zuschauer Ah, haut's ab ihr, ihr Kleinen Zack, zack Ah, game over Uh, uh, das finde ich cool Das sind diese Schattenkristalle Wenn man die öffnet, dann kommen ein Haufen kleine Überraschungen raus Ja, nein, du bleibst da Haha Ich liebe diese kleinen Überraschungen Okay, fragen wir mal den Seekönig Den Läuenkönig, genau Wo wir hinmessen Noch ist die Welt oberhalb des Meeres friedlich Doch wenn sich Ganon erst einmal der Kraft Zeldas bemächtigt Dann Sebi Sobald du bereit bist Kehre unverzüglich in Ganons Kastel zurück Und entreiße Zelda seinen dämonischen Händen Okay, wir haben eine Aufgabe Uh, uh, ich werde da nicht hingehen Wehe, ach Ich kenne meinen Kumpel Sebi und so gut wie ich ihn kenne, glaube ich Er hat kaum welche Lieder Lernen wollen Wo ich hinreisen kann Stuk, Ich, Tusk Ach, ich hasse diese komischen Namen Terra Insel Ach, da oben ist die Ach, genau Über Draconia Hä? Hallo 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 Tantopia, Firninsel Ah, ist das nicht links oben Verwunschene Bastion Na, endlich Was stand da gerade? Aha Okay Ich weiß nicht, was der Gold Was der Rubin an der Seite zu Bedeuten hat Oh, ist egal Wir Wollen jetzt mal Als es Nacht Das weiß ich Ähm Ich brauch den Stab Genau Boah, ich muss mir das Inventar erst mal zurecht einrichten Das kann doch keiner mit ansehen Ich hasse genau Ja, das ist meine typische Nein Da fehlt noch was Das Segel Genau Das ist das Windlied Das weiß ich noch Genau Ja Ich hab das Spiel schon mal durchgespielt Und Nein, ich werde jetzt nicht dahin reißen Ich versuche jetzt das Lied herauszufinden Nein Okay, bevor ich euch nerve Werde ich wenigstens das Lied jetzt Kanon des Sturms Genau Dum dum Ach, ich Idiot Da 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 Tududum Tududum Hm, hab ich es doch gewusst Wir können nur zu dieser Insel gehen Zur Mutter-Kind-Insel Und von da aus direkt zur verwunschenen Bastion Ich hab es gewusst Ich hab es gewusst Also wenn man das Spiel durchspielt und dann bekommt man... Nein, ich Idiot. Ich bin doch nur hier. Nein, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, dass wenn man zur Mutter-Kind-Insel geht, dass es nur von innen irgendwie was zu sehen gibt. Deswegen muss ich nach Portemonnaie. Ja, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man es nochmal durchspielen in einem anderen Modus. Anstatt der Heldenkleidung kann man mit einem ganz normalen Schlafanzug, wie man von Anfang an auch geht, durchspielen, ja. Das ist Portemonnaie, einer der wichtigsten Städte im Spiel. Da wird man eigentlich immer sein. Oder fast immer. Hupp. So liebe ich es besser. So ist es auch cool, so filmmäßig. Ja, Action. 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 Nö, das war's. Nö, davon ist die Mutter-Kind-Insel, glaube ich, oder nicht. Ich weiß es nicht. Nur wenn wir uns jetzt der verwunschenen Bastion nähern, wird es grauenvoll werden. Grauenvoll. Langweilig. 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 L-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hangweilig. Wenigstens hat er die 5000er-Tasche schon. Ah, cool. Es wird langsam wieder hell. Nein. Haha. Na, eine von diesen Feen-Tempeln. Hm, da lang. Oder? Da sind die Taucher. Ach mein Gott. Dieses Spiel hat Erinnerungen. In dem Spielstand, wo ich es schon mal durchgespielt habe, da ist so viel, da habe ich so viel entdeckt. Ich habe wirklich jede einzelne Insel, jede einzelne Fleck, also jede einzelne Karte, äh, jede einzelne Koordinate von der Karte habe ich wirklich immer aufzeichnen lassen. Ich habe jeden einzelnen Schatz gefunden, immer einen Triforce auch gefunden. Es ist schon cool gewesen, das zu spielen. Und es würde mich auch freuen, das wieder zu spielen. Aber erst mal schauen wir mal, wo wir sind. Entschuldigung. Lalalala. Nach Westen, mein Freund. Wir müssen zum Westen. Das Beste kommt vom Westen. Ne, ich komme vom Westen. Na, jetzt fängt es an zu regnen. Genau. Wenn man sich der verwunschenen Bastion nähert, wird es immer schlimmer. Da, man sieht schon, es wird total dunkel hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt nix Gutes. Wo bin ich eigentlich? Mein Gott. Ich weiß es nicht mal. Es wird jetzt schlimmer. Immer schlimmer. Wie ich sehe, hat Siebe wenigstens das ganze Mana, die ganze Mana-Leiste voll gemacht, aber Herzen hat er auch nicht gerade viel gesammelt, weil wo ich Zelda noch mal retten musste. Oh nein, ich hasse das. Hau ab. Hau ab. Das ist Wahnsinn. Ah, und schon ist es wieder schön. Ja, er hätte ruhig ein paar mehr Herzen sammeln können. Und die 10er, äh, die goldenen Rubine sind, äh, 10er Rubine, also nicht so viel wert. Es gibt grün, äh, das ist einer, dann blau 5, rot 20, gelb 50 oder 10, ich weiß jetzt nicht so recht. Silber ist 100 Rubine wert. Und wir sind schon bei der verwunschenen Bastion. Und da vorne ist der Fisch. Ja, dank der Leiste kann man ihn nicht gescheit sehen. Ja, da hinten ist er. Der springt umher wie noch mal was. Wie Schmitzkatze. Los. Los. Und wir müssen jetzt da hoch. Na toll. Erstmal zum Ankerplatz. Da, da, da. Stopp, 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 stopp. Anhalten. Los, vorwärts. Okay, ein bisschen Wind kann ich noch rausbringen, oder nicht? Verdammt. Ja, ich bin schlecht. Hab das Spiel auch lang nicht mehr gespielt. Was ist das Dunkle da? Hä? Weiß ich nicht. Was ist das? Was passiert jetzt? Oh. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Also, ich muss hier sogar hin. Okay. Ich hab gedacht, ich muss ins Schloss. Ich hab gedacht, hier ist was. Ich glaub, das ist das Haupttor. Auf zu Garnon, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Ich hasse diese Viecher. Vorteil an diesen Viechern, die gehen schnell down. Nachteil, die sind flink. Ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt richtig gehe, oder ob ich wirklich nach oben musste. Aber da geht's nicht, weil ich doch den Feiervogel doch da besiegt habe. Ja, ich muss geradeaus. Ich weiß nicht, warum er nochmal zurückgegangen ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oder muss ich sogar da hin? Hä? Wo bin ich? Naja. Schauen wir mal. Hinterhaken. Okay, jetzt brauch ich ja nicht das. Jetzt kann ich ja das so machen. Ja, noch ein paar Gegner K.O. Ich liebe diese Ritter. Die sind sowas von stark. Das sind meine Lieblingsgegner. Und zack, Rüstung weg. Nein! Jetzt die Rüstung weg. Ach. Wenn das A leuchtet, dann kann man immer so einen guten Angriff starten. Und die Rüstung ist weg. Jetzt kann man ihn ununterbrochen angreifen. Am mächtigsten finde ich noch, sind die groben goldenen Ritter. Hey. Ja. Das ist der Nachteil vom Spiel. Hier verschwinden die Items so schnell. Link mit Schwert. Mit Monsterschwert. Aber ein Vorteil gibt es von diesem Schwert. Man kann es einfach werfen. Bleibst du stehen? Hallo, bleibst du stehen? Nein! Ah, direkt in Poppes rein. Und schon wieder sowas. Ich liebe das. Wenn jemand will, dann kann er es mir in die Kommentare schreiben. Hoppala! Ich sehe das nicht mal. Feuer unterm Hintern! Noch ein bisschen Eis. Na? Magst du Eis? Hey! Haha. Eingefroren und tot. Ich finde das so genial. Dieses Spiel ist so schön gemacht. Äh, eigentlich will ich dich hier angreifen. Ach, ich will keine Zeit mehr verlieren. Ich gehe jetzt einfach nur noch geradeaus. Ich glaube, ich gehe gerade zwar falsch, aber das werden wir ja noch sehen. Ob ich wirklich falsch gehe oder richtig? Nein, ich gehe wirklich falsch, weil jetzt gehe ich wieder ins Schloss rein. Das ist da, wo ich gehen musste, um zu Bowser zu kommen. Ja, genau. Zu Ganon zu kommen. Das ist aber Schloss Horolay, wo ich gerade bin. Oh nein, nicht schon wieder. Ich weiß nicht, was ich noch machen sollte. Hier ist alles zerstört, wie immer halt. Oh man. Ich wünschte, ich könnte Epona rufen. Aber die gibt es ja hier in diesem Teil nicht. Die gibt es bei Ocarina of Time. Oh, das Spiel ist auch schön. Das werde ich auch noch testen, bestimmt. Genauso wie Majora's Mask. Oder Majoras Mask, wie manche sagen. Ich weiß nicht, wie manche darauf kommen, dass man das falsch aussprechen kann. Majoras Mask. Warum sagt sie nicht gleich Majora's Maske? Oder Majoras Mask. Die Idioten. Wahrscheinlich ist der Ritter wieder da. Ja, natürlich. Kannst du knicken, alter Sack. Nein! Du Idiot. Tschüss. Haha. Dann mache ich einfach von hier aus. Nein. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr richtig zielen. Ihr bewegt euch nicht, ihr Fledermäuse. Okay. Jetzt versuchen wir mal wirklich den richtigen Weg zu finden. Ich weiß, dass ich hier Gano doch noch besiegt habe. Oder teilweise. Ja, nicht ich. Ach. Genau, jetzt bin ich richtig. Hier immer links und so weiter sind die anderen Gegner gewesen. Wenn man nicht hier lang gegangen ist, dann ist man zu Gano gekommen. Ach, jetzt bin ich richtig. Ach. Aber da bin ich ja vorn hergekommen. Ich bin vergesslich, sage ich euch. Ich bin vergesslich. Ja, genau. Jetzt sind die Viecher runtergekommen. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Das doof an den Viechern ist, die können sogar an der Decke herumlaufen. Na ja. Das war wahrscheinlich nicht das einzige Tor von Gano. Da geht's raus. Aha. Jetzt bin ich richtig. Genau. Aha. Ein bisschen ausrüsten noch vorher. Weil der Kampf ist wirklich heftig. Weißt du was? Ich versuche jetzt, glaube ich... Ja, ich mache aus diesem Part den, äh, Let's Test, äh, Anspielpart da einen längeren Part, dass ihr vielleicht noch den Kampf sehen könnt. Oder einen kleinen Teil des Kampfes. Ich will ja nicht so viel verraten vom, äh, Spiel. Wenn ihr den ganzen Kampf sehen wollt, dann schreibt, dass ich das Let's Playen soll oder Walkthroughen soll oder was ihr halt wollt. Ist mir wurscht. Ah, ich brauche nichts mehr. Ich habe von allem genügend. Der Gang ist so endlos. Und hier sind immer so viele Gegner gewesen. So Ritter und so. Da ist ja die Tür. Ha, ich habe es doch gewusst. Jetzt kommt wirklich der allerletzte Kampf. Hm? Habe ich ihn schon besiegt? Warte! Da. Anhalten. Nach oben klettern. Ach komm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weißt du was, ich lasse einfach los. Wahrscheinlich ist Oma auch schon besiegt worden. Deswegen gehe ich einfach da rein. Und ich hoffe, ich komme auch richtig raus. Ja, ich komme sogar richtig raus. Oh, ich feile. So, wir kommen jetzt wieder hoch. Ich habe es vergessen. Ah, da. Greifhaken. Zack, stehen, bleiben, anhalten, nach oben klettern. Oder wisst ihr was, ich werde das einfach so ein bisschen zurechtschneiden, dass ihr mehr davon habt. Ja, genau. Das ganze Gesuche werde ich wegschneiden. Und dann habt ihr wenigstens was Gescheites. Ein Teil des Kampfes. Ah. Hä? Hä? Ah ja, ich kann mich überall festhalten. Ist ja schön. Gefällt mir auch nicht. So, jetzt kommt der Endkampf. Hä? Ja, ich werde versuchen, ihn kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Versuch ihn also währenddessen Schaden zuzufügen. Ach, halt deinen Mund. Hä? Die hat mir meinen Bogen geklaut. Ich hasse dieses A-Zeichen. Das kommt so doof. Ja, ich weiß nicht, wie ich so oft fehlen konnte. Ich weiß nicht, wie ich so oft fehlen konnte. Mann, ich sterbe ja gleich. Mann, ich sterbe ja gleich. Sie hat mich sogar getroffen. Alter, wie geht das? Das habe ich ja noch nie erlebt, dass sie mich getroffen hat. Habe ich irgendwie noch Omas Suppe? Ja, er hat Omas Suppe. Deswegen ist er da hingegangen. Oh, Omas Suppe schmeckt so gut. Die füllt alles auf. Alles. Die ist super genial. Ja, und man kann sogar zweimal davon trinken. Mein Gott, na. Ich hasse dich. Ja, wenigstens einmal wieder getroffen. Ja, endlich. Jetzt schlägt er sie. Was war das jetzt? Ey, jeder normale würde mit Schwert herkommen. Ähm, das war das. Entschuldigung, wenn ich nicht so viel plappere, aber ich muss mich gerade konzentrieren, weil der Kampf ist wirklich heavy. Der Kampf ist brutal. Und es ist wirklich schwer, auf deine Schwachstelle zu finden. Okay, Omas Suppe. Ja. Was? Das gibt es doch nicht. ich versuche einfach wieder auszuweichen nein das war ein doofer sprung selder link ja endlich steht hier wieder auf jetzt kommt der finale schlag oder mann mann ja komm noch näher zu ihm den feind jetzt blockt alles der ist gut ich sollte auch öfter blocken mann du bist wirklich hartnäckig garnon dorf kehr zurück zu den garnons dorf mann ich drücke es wirklich immer zuletzt mann du bist gut ist aber meiner nicht würdig na endlich nein alter kommt ziel auf mich komm na endlich zack besiegt da schaut schön aus ha 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 der wind er weht oh der kontroller vibriert jetzt aber übel schön endlich siebi na jetzt kommt der leuenkönig natürlich meine kinder hört meine worte ich habe die vergangenheit stets bereut und in zwietracht mit ihr gelebt wenn ich doch die dinge nur ungeschehen machen könnte es verging kein tag an dem ich nicht an das königreich gedacht habe ich war die geisel dieses meine was ich war die geisel dieses meinen landes hurule noch geschwollener geht es nicht in gewisser weise könnte man sagen garnendorf und ich sind uns sehr ähnlich aber von euch wünsche ich mir dass ihr mit nach vorne gerichtet im blick lebt ich kann nicht versprechen dass euch eine gewogene zukunft erwartet und dennoch bitte ich euch dass ihr dieser zukunft positiv von aufrecht entgegen schreitet ein schöneres ende kann es jetzt nicht geben der leuenkönig ist ja nicht nur der könig sondern auch das schiff deshalb habe ich ja vorhin aussehen gespoilert aber dieses diese prinzessin war nicht immer eine prinzessin und zelda war auch immer äh link also wie er sebi war auch nicht immer ein krieger sondern ist auch ein ganz normaler junge gewesen und wenn ihr wissen wollt wie alles angefangen habt dann schreibt in die kommentare dass ihr das als let's play oder walkthrough sehen wollt let's play wäre interessanter also es ist eure wahl feedback folgt danach ich sag nur noch lebt wohl so hier nochmal die kleine zusammenfassung von der legend of zelda the wind waker was ich gerade angetestet habe ähm spieltyp ist es so ein action adventure game was damals auf dem gamecube am 3. mai 2003 rausgekommen ist meiner meinung nach ist es ähm einer der besten zelda teile also vom grafikstil und so vom comic style ich find das einfach nur genial so comic link zu spielen ich find das einfach nur toll und meiner meinung nach ist es einer äh 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 wenn nicht sogar eines sondern das beste zelda spiel und äh ja mir gefallen zwar andere äh die anderen zelda teile auch aber das ist für mich das beste äh let's play wenn ihr es wählen wollt natürlich würde ich es machen da heißt nur die antwort ja man das muss sein walkthrough wenn ihr es nicht als let's play sehen wollt dann würde ich es als walkthrough machen kommt drauf an wie wie oder ob ihr es sehen wollt mal gucken die qualität würde ich auf 480 äh dann hochladen ja ja die qualität würde ich hochladen ja es ist selda äh wenn ich das let's playen würde oder walkthroughen würde dann würde ich das mit 480 hochladen genau ähm wie wird es mit dem let's test weitergehen ich werde ähm versuchen einmal in der woche mindestens äh ein let's test herauszuhauen und ähm wie lang wird sich das erstrecken das wird sich sehr 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 lange erstrecken da ich schon einiges an spielen hier habe und versuchen werde eigentlich auch alles anzuspielen und ähm ja und so lange bis äh wie das let's test läuft oder bis ich äh in den ähm in der Beschreibung hingeschrieben habe dass das abgelaufen ist dass ihr zwar Kommentare schreiben könnt wie ihr wollt aber ich werde dann es äh entweder nicht mehr spielen oder ich spiele es schon gerade werde ich dann natürlich hinschreiben dass dann äh Voting abgeschlossen ist und so weiter keine Ahnung mal sehen und ja solange könnt ihr halt auch Kommentare schreiben je nachdem äh wie viele Zuschauer ich bekomme oder Zuschauer irgendwann haben werde werden es halt mehr Kommentare sein und äh dann werde ich mal schauen ob ich es spielen werde oder nicht ob ihr mir es erlauben äh ob ihr es mir erlaubt hohoho mal gucken okay ich glaube das war es jetzt mal von mir PV Style und dann